Hoffen Sie auf die Rente? Was Sie alles zum Thema Altersvorsorge machen können, das verrät uns Thomas Klim, Geschäftsführer der Netzwerkfreier Finanzberater Thomas Klim, GmbH und Co. KG beim Business Talk am Kudamm. Laut aktuellen Umfragen machen sich ganz viele Deutsche Sorgen, in Zukunft von Altersarmut bedroht zu sein. Sind die Ängste denn überhaupt berechtigt? Ja, durchaus. Es hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist leider, dass viele Menschen heutzutage nicht mehr das Einkommen haben, was vielleicht noch vor 10, 15 Jahren erzielt werden konnte. Viele müssen sich im Prinzip von Monat zu Monat durchhangeln und haben kaum Möglichkeiten, etwas für das Alter anzusparen. Und wie man sich vorstellen kann, wenn dann die einzige Altersvorsorge die gesetzliche Rentenversicherung ist oder vielleicht nicht mal die, klassisch der Solo-Selbstständige, der nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, Monat für Monat gerade über die Runden kommt, wo soll denn das Geld denn eigentlich im Alter herkommen? Es ist aber nicht immer nur die fehlende Möglichkeit, sondern es ist oftmals auch die fehlende Absicht, etwas für die Altersvorsorge zu tun. Das hat stark abgenommen. Wenn ich so an meine Großelterngeneration denke, ja da war noch so ein Spruch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not und die haben regelmäßig Geld zurückgelegt. Heutzutage ist es oft so, dass eher so der Konsum so an erster Stelle geht. Man hat fünfmal die Woche Essen und hat drei Handys und das ist alles schön und ich bin auch einer der Letzten, der das nicht verstehen würde. Geld ausgeben macht ja auch Spaß. Das ist ja völlig unstrittig. Aber man muss sich halt letztendlich entscheiden, will ich jetzt gut leben und im Alter ein finanzielles Problem haben oder möchte ich jetzt mich vielleicht jetzt ein bisschen einschränken, um dann im Alter nicht wirklich in Armut zu leben. Im Moment ist es ja auch mitunter durch die Kurzarbeit so, dass einige Menschen weniger Netto-Löhne haben. Sie haben das ja auch gerade schon gesagt, auch im Gegensatz oder im Vergleich zu früher. Das heißt, wie hoch ist denn die Bereitschaft überhaupt, was für das Thema Altersvorsorge zu tun? Also im Moment ist eine Situation, wo sich das sehr, sehr stark spaltet. Es gibt Menschen, die sind sehr stark betroffen von finanziellen Einschränkungen. Die müssen teilweise sogar Vorsorgeprogramme, die sie schon Jahre haben, reduzieren oder teilweise aussetzen, weil sie sonst überhaupt nicht mehr klarkommen. Viele andere sind davon gar nicht betroffen. Das hängt davon ab, wer ist mein Arbeitgeber? Wie sieht mein Job aus? Habe ich einen staatlichen Arbeitgeber? Bin ich Angestellter im öffentlichen Dienst? Beamter? Da ist das ja recht sicher. Und ja, also die Neigung, etwas zu tun für die Altersvorsorge, ist durchaus vorhanden. Es fehlt aber oftmals auch an Informationen. Ja, also was kann ich eigentlich tun? Und auch letztendlich teilweise auch an der Bereitschaft, mal vielleicht ein etwas höheres Risiko einzugehen, als einfach nur einen Sparplan abzuschließen. Ja, es gibt ja natürlich auch die gesetzliche Altersvorsorge. Auf die kann man setzen. Da gibt es staatlich geförderte Produkte. Welche würden Sie denn empfehlen? Welche sind empfehlenswert? Also die gesetzliche Altersvorsorge, die allermeisten, die dort einzahlen, können sich dem ja gar nicht entziehen. Das sind Pflichtbeiträge, die in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden. Nur wenige haben ja die Möglichkeit, freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung etwas einzuzahlen. Zu der gesetzlichen Rentenversicherung möchte ich einfach mal eine kurze Idee in den Raum stellen. Also im Jahr 1964 sind die meisten Menschen in diesem Jahr, in diesem Land, in Deutschland geboren worden, jemals. Noch in keinem Jahr davor und in keinem Jahr danach sind mehr Menschen geboren worden. Die gehen alle in zehn bis zwölf Jahren in Rente. Vielleicht wollen wir uns mal kurz überlegen, was denn wohl mit der gesetzlichen Rentenversicherung passiert. Weil es sind kaum noch, also natürlich sind noch junge Leute da, keine Frage, aber die Älteren sind dann deutlich in der Überzahl. Das heißt, die, die aus dem großen Topf etwas entnehmen, sind viel, viel mehr als die, die einzahlen. Bereits jetzt wird die gesetzliche Rentenversicherung zu 30 Prozent aus Steuermitteln gesponsert. Wie soll das funktionieren? Also es wird sicherlich immer irgendeine gesetzliche Rente geben. Die Frage ist halt, wird die mehr sein als die Grundsicherung? Das ist die große Frage. Und daraus ergibt sich ja eigentlich schon, man muss was separat zusätzlich machen. für die private Rente. Das geht gar nicht anders. Ganz kurzer Schwenk. Sie haben das gerade eben gesagt, in Deutschland ist es ja so, die Jungen sozusagen zahlen die Rente von denen, die jetzt gerade in Rente sind. In Australien zum Beispiel ist es so, dass wirklich jeder seine eigene Rente zahlt. Ist ja vielleicht auch ein Stück weit sozusagen das System, dass jeder das, was er erwirtschaftet, dann eben später auch bekommt. Und das ist natürlich die Frage, ob das dann sozial ist oder nicht sozial. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Vielleicht schwierige Frage. Also ich habe da eine sehr klare Meinung. Das Solidarprinzip, dass die Jungen, die arbeiten, für die Alten, die nicht mehr arbeiten, zahlen, ist für mich eigentlich das beste System, was man sich vorstellen kann. Das ist nämlich wirklich gelebte Solidarität. Das ist der sogenannte Generationenvertrag. Genau. Der funktioniert aber heute nicht mehr, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt die Menschen zu wenig Kinder in die Welt gesetzt haben. Also ich rede jetzt über Deutschland, weil das dieses Thema ja letztendlich ist. Und dadurch ist dieses Verhältnis dann irgendwann mal gekippt. Das wusste man schon vor vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt kein Geheimnis. Man hat es aber verdrängt und es gibt immer noch kein Rentenkonzept für die Zukunft. Das ist ja eben die große Frage, die Lösung. Wann macht man den Cut? Weil irgendjemand irgendjemand wird es ja treffen, wo es einfach unfair ist, wenn man jetzt ein neues System aufbaut. Ja, man kann aber nicht die Leute belasten, die jetzt schon einzahlen, noch stärker belasten. Was will man machen? Will man sagen, ihr müsst noch 5% mehr einzahlen, um dann später irgendwie mal was rauszukriegen? Das ist eine Riesenaufgabe. Wenn ich das wüsste, wäre ich in der Politik. Genau, das ist natürlich die große Frage. Also vielleicht auch irgendjemand von den Zuschauern, wenn Sie eine Lösung haben, dann melden Sie sich bei uns oder gehen Sie in die Politik. Ganz genau. Großes Thema. Lebens- und Rentenversicherungen werden ja seit Jahren schon sehr schlecht verzinst, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch jemanden, für den sich diese Produkte nach wie vor lohnen. Für wen wäre das denn möglich? Also bei Lebensversicherungen würde ich sowieso als Altersvorsorge überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Eine Lebensversicherung ist dafür da, um das Todesfallrisiko abzusichern. Jemand stirbt, hat jemanden zu versorgen, Mann, Frau, Kinder, wen auch immer und dafür ist eine Lebensversicherung da. Das ist auch die Urform der Lebensversicherung. Dass man zusätzlich noch einen Sparanteil damit reingebastelt hat, ist eine völlig unsinnige Erfindung der Versicherungswirtschaft. Das hat noch nie wirklich Sinn ergeben. Eine Rentenversicherung, also da ist der Todesfall im Prinzip nicht abgedeckt. Okay, man bekommt die eingezahlten Beiträge zurück, also die erben zumindest. Derjenige selber erben nicht mehr. Aber es ist wirklich ein Sparprozess. So, und jetzt muss man sich angucken, wie legen die das Geld an, die Versicherer. Und da gibt es Unterschiede. Früher war es so üblich, dass das Geld am sogenannten Kapitalmarkt angelegt wurde. Da durfte ein bisschen was in Aktien investiert werden, in festverzinssichtlichen Wertpapieren, Staatsanleihen, Immobilien und so weiter. Und das war aber zu Zeiten, wo wir ein Zinsniveau von 8% hatten, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir ein Zinsniveau, reden wir nicht drüber, 0,1 und noch was. Also für sichere Anlagen kaum. Der Immobilienmarkt ist ja noch ein bisschen besser. Die Versicherer, wenn sie das Geld klassisch, also offiziell heißt es im Deckungsstock anlegen, dann ist der Garantiezins, der Rechnungszins 0,9%. Vorkosten. Plus Überschüsse. Kaum wirklich interessant, außer für Menschen, die absolut risikoscheu sind. Die sagen, alles andere als eine Anlage, wo ich eine Garantie habe, ist schon Teufelszeug. Das mache ich nicht. Die Menschen gibt es. Gerade in Deutschland. Der Deutsche möchte, wenn es möglich ist, immer eine Garantie haben. Aber man kann das Geld in so einer Rentenversicherung auch anderweitig anlegen. Man muss es nicht in dem sogenannten Deckungsstock anlegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die deutlich ertragreicher sein können. Sie haben auch gerade schon das Thema Börse angesprochen. Das bedeutet Aktien und Fonds, die sind natürlich Schwankungen unterliegen oder unterliegen Schwankungen. Haben wir auch gerade dieses Jahr 2020 im März natürlich stark gespürt. Was halten Sie denn davon, Aktien und Fonds zu nutzen für einen Vermögensaufbau oder tatsächlich auch als Altersvorsorge? Sehr viel tatsächlich. Voraussetzung ist, dass ich Zeit habe für die Anlage. Also es wird oft gesagt, so ein Zeitraum von zehn Jahren. Genau ausgedrückt sind es eigentlich zwölf Jahre. Also wenn man die Vergangenheit betrachtet, dann ist es so, dass es keinen Zeitpunkt gab an der Börse, wo ich nicht, wenn ich zu einem beliebigen Zeitpunkt eingestiegen bin in den Markt, nach zwölf Jahren im Plus gewesen wäre. Das ist eine Betrachtung, die kann man für die letzten 100 Jahre nachverfolgen. Ja, ich weiß, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. So, und wenn ich dann eine vernünftige Mischung aus verschiedenen Fonds, die ja wiederum in vielen, vielen Werten investieren und ich habe unterm Strich vielleicht 10.000 verschiedene Aktientitel in meiner Anlagestrategie, dann ist es eine sehr sichere Angelegenheit und auch eine sehr ertragreiche Angelegenheit. Was man natürlich beachten muss ist, es kann mir natürlich passieren, dass kurz bevor der Vertrag fällig wird oder bevor ich das Geld haben möchte, gerade ein Crash kommt und mein Geld dann reduziert wird. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Man kann Teile absichern, man kann Höchststandsabsicherung vornehmen. Das ist ziemlich beratungsintensiv, aber es ist alles möglich. Hier ist aber oft der Punkt, die Information ist für viele nicht verfügbar. Viele fühlen sich total verunsichert, weil sie keine Ahnung davon haben, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Nicht jeder muss sich damit auskennen, aber jeder hat die Chance, sich da entsprechend ausbilden zu lassen, will ich jetzt nicht sagen. Das ist ja gar nicht erforderlich, aber zumindest sich Wissen anzueignen. Das geht recht gut. Das ist keine Raketenwissenschaft. Hier würde ich mir auch ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten der Politik durchaus wünschen. Oder vielleicht ist es auch ein Thema für die Schule, vielleicht für irgendwelche Projektwochen oder so. Dass man den jungen Leuten einfach schon mal sagt, wie könnte man denn Geld anlegen? Was gibt es denn Vorteile und was für Nachteile? In manchen anderen Ländern ist das ein ganz, ganz anderer Ansatz der da gefahren. Ja, also ist eine spannende Lösung. Bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. Finde ich auch, dass das auf jeden Fall finanzielle Bildung mit ins Unterrichtssystem gehört. Finanzielle Bildung, da sind wir auch noch beim nächsten Thema, nämlich nicht nur Aktien, sondern auch das Thema Immobilien, ebenfalls für die Altersvorsorge. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal einen kurzen Rundumschlag geben, beziehungsweise auch, was Sie davon halten. Ja, da kommt es immer darauf an, wen frage ich. Also wenn ich jetzt als Kunde beispielsweise zu einer Bank gehe, zu einer Bausparkasse, dann wird man mir im Regelfall immer raten, eine Immobilie zu erwerben, zu bauen. Warum? Weil die Banken und die Bausparkassen daran Geld verdienen. Sie machen die Finanzierung, vielleicht vermitteln sie sogar die Immobilie. So. Aber man muss sich das mal genau überlegen, zu welchem Zweck will ich denn so eine Immobilie haben? Es gibt ja die zwei Grundtypen. Entweder ich wohne selber drin, sagen wir, es ist eine eigengenutzte Immobilie, oder ich vermiete die, beziehungsweise vielleicht kaufe ich eine Wohnung oder ein Haus, was bereits vermietet ist. So. Wenn ich jetzt eine Immobilie erwerbe, wo ich selber drin wohne, dann muss ich da eine ganze Menge Geld für auf den Tisch legen heutzutage. Das ist sehr, sehr teuer. Damit ist es aber nicht getan. Ich muss im Laufe der Zeit immer damit rechnen, und das kommt früher oder später, dass ich Sanierungsarbeiten machen muss. Irgendwann ist das Dach fällig, die Fassade, die Heizung muss getauscht werden. Da gibt es, muss man nur mal mit einem Hausbesitzer sprechen, die könnten Ihnen da Vorträge halten, ohne Ende, was da alles gemacht werden musste. So, und das kostet alles Geld. Entweder habe ich das, oder aber ich muss es mir wieder beschaffen. Wenn die Zinsen niedrig sind, okay, aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich viele, viele Jahre lang verschuldet sein werde. So, und was passiert dann eigentlich im Alter? Okay, im Idealfall ist die Finanzierung beendet, und ich zahle dann keine Zinsen und auch keine Tilgung mehr, und Miete gibt es ja dann sowieso nicht. Aber vielleicht sind zu dem Zeitpunkt wieder irgendwelche Reparaturen notwendig an dem Haus. Also das ist letztendlich ein Thema, was sich immer, immer weiter zieht. Ich bin eher der Meinung, dass eine Immobilie, die ich mir kaufe, um da selber drin zu wohnen, letztendlich wenig mit Anlage zu tun hat, sondern das ist Lebensqualität. Wenn ich das gerne möchte, wenn ich gerne in meinem eigenen Häuschen wohnen möchte, in meiner eigenen Wohnung und sagen möchte, das ist meins und es gefällt mir und woanders kriege ich das so nicht, als Mietwohnung sowieso nicht, wie auch immer, bitteschön. Aber es ist, glaube ich, keine Anlage in dem Sinne. Wenn ich es als Anlage machen will, dann sollte ich eine Immobilie erwerben, die vermietet ist oder die vermietet werden soll. Ja, da gibt es jetzt bei einigen so diese Unsicherheiten, Mietpreisbremse hin und her. Das ist auch alles völlig in Ordnung, aber es gibt immer noch gute Lösungen, wo alle Beteiligten letztendlich was davon haben. Man muss den Mieter nicht bis zum letzten Cent aussaugen. Man kann vernünftige Mieten nehmen und trotzdem Geld verdienen. Das ist alles möglich. Ja, und gerade natürlich beim Thema Rente hat man dann später sozusagen eine Rente, die man aufstocken kann durch die monatlichen Mieteinnahmen. Ja, oder aber vielleicht verkauft man Immobilie zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn die Wertsteigerung eingetreten ist. Also das ist ja dann durchaus auch noch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Und um das Thema vielleicht noch ein bisschen auszuweiten, was für alternative Anlageformen kennen Sie denn noch? Also eine alternative Anlageform, die in letzter Zeit oft nachgefragt wird, sind sogenannte ethische Geldanlagen. Da hat jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung, was das sein könnte. Und da gibt es inzwischen auch viele, viele Angebote am Markt. Aber man muss da sehr aufpassen. Also nicht überall, wo ethisch oder nachhaltig draufsteht, ist auch ethisch oder nachhaltig drin. Also hier lohnt es sich immer genau zu gucken, was meint der Anbieter damit, was ist da eigentlich wirklich die Grundlage für das Investment. Und ist es dann wieder etwas, was am Aktienmarkt letztendlich stattfindet? Also irgendwelche Aktiengesellschaften, die dann letztendlich wieder in einem Fonds zusammengestellt wurden? Oder ist es vielleicht wirklich etwas, was wirklich als nachhaltig gelten könnte? Wie zum Beispiel alternative Energieformen. Also vielleicht ein Investment in Wasserkraftwerken, in Solarenergie, in Windenergie. Achtung, hier genau aufpassen. Ja, hier gibt es auch einige schwarze Schafe immer noch am Markt. Aber es gibt sehr, sehr gute Angebote. Und mit dem entsprechenden Know-how und mit dem entsprechenden Background, was man sich dann da anlesen oder aneignen kann oder auch durch eine Beratung erreichen kann, sind da interessante weitere Beimischungen für die Altersvorsorge möglich. Darüber hinaus gibt es viele Menschen, gerade jetzt, die sehr gerne in Edelmetallen investieren. Edelmetalle zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie eine riesengroße Rendite haben. Aber Edelmetalle sind ein Wertsicherungsinstrument. Man sagt, okay, Barrengold ist heute was wert, in 30 Jahren, in 100 Jahren vermutlich auch noch. Und das sind so die Anlagen. Im Idealfall macht man eine Mischung. Aber das ist natürlich immer eine Frage, was gibt der persönliche Geldbeutel her? Wie weit kann ich mich da tatsächlich aufteilen oder die Anlage aufteilen? Lieben Dank für das Gespräch zum Thema fürs Alter vorsorgen. Herzlichen Dank, Thomas Klim.